Das Forschungsprojekt der namentlichen Erfassung der homosexuellen und transgender Opfer des Nationalsozialismus in Wien begleitet uns im Zentrum Queen seit Jahren. Im Zuge der Vorbereitungen für das Wiener Denkmal für Männer und Frauen, die Opfer der homosexuellen Verfolgung in der NS-Zeit wurden, brachten wir es zu einem vorläufigen Abschluss, um erstmals Opferzahlen der homosexuellen Verfolgung in Wien auf Basis der Strafakten der Wiener Landesgerichte zu ermitteln. Methodisch bedeutete dies, dass die Erfassung eines Viertels der Strafakten nicht in der dafür erarbeiteten Objektdatenbank, sondern viel oberflächlicher in einer Excel-Tabelle vorgenommen wurde. Die ermittelten Opferzahlen sind deshalb vorläufig und werden noch nach oben korrigiert werden müssen. Eine Lücke für die Berechnung ergab sich zudem aus dem Quellenkorpus für das Projekt. Denn als Quellenkorpus unserer Untersuchungen dienten die im Wiener Stadt- und Landesarchiv überlieferten Akten der Landgerichte 1 und 2, des von den Nationalsozialisten eingerichteten Sondergerichts Wien und Splitterakten des Wiener Jugendgerichts sowie Verfahren des Militärgerichts aus den Beständen des österreichischen Staatsarchivs. Als Opfer scheinen in unserer Darstellung daher ausschließlich Männer und Frauen auf, die vor Wiener Gerichten wegen gleichgeschlechtlicher Unzucht verurteilt wurden. Dies bedeutete nicht, dass diese sich selbst eine homosexuelle Identität zuschrieben. Ob sich die Betroffenen als homosexuell, bisexuell, lesbisch, heterosexuell oder auch anders verstanden haben, ist aus den Strafakten nur nach kritischer Hinterfragung von Selbst- und Fremdbezeichnungen herauszulesen, wenn überhaupt. In einigen Fällen wurde in der Queen-Opfer-Datenbank die Geschlechtsidentität der Verurteilten als fraglich gekennzeichnet, weil sie nach heutigen Kriterien als trans-, transident-, transsexuell- oder intersexuell gelten könnten. Inter- oder transsexuellität hätte in der NS-Zeit jedoch noch keinen Verfolgungsgrund generiert, dazu jedoch später. Verfolgt wurden jene als homosexuell, denen der Versuch oder Vollzug gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen nachgewiesen werden konnte. Bei den Wiener Landesgerichten sind ca. 85% der Verfahren nach § 129 1b aus den Jahren 1938 bis 1945 erhalten, was einer im Vergleich hohen Überlieferungsdichte entspricht. Bislang konnten dadurch 747 Strafakten mit 1.168 männlichen und 65 weiblichen Beschuldigten bzw. Verurteilten bearbeitet werden. Diese Zahlen entsprechen keinesfalls den Opferzahlen der Wiener Homosexuellen. Jene hier erfassten Personen waren lediglich in ein Strafverfahren nach § 129 1b involviert. Zunächst möchte ich auf die Grundlagen dieser Verfolgung eingehen. Bis zum sogenannten Anschluss im März 1938 lag die Aufgabe der Ausforschung Homosexueller bei der Wiener Kriminalpolizei. Ihre Ermittlungsmethoden änderten sich jedoch nach dem Anschluss. Wurden Fälle wieder natürlicher Unzucht früher von Bezirkspolizeikommissariaten behandelt und erst in Folge an die Sittenpolizei abgegeben, so suchten nun die Polizisten der Kripo selbst Treffpunkte von Homosexuellen auf, an denen das Verbrechen der Unzucht wieder die Natur beobachtbar und damit zur Anzeige zu bringen war. Die wenigen damit betrauten Polizisten fanden sich demnach in einschlägigen öffentlichen Toiletten ein sowie leicht bekleidet in den Herrenabteilungen und Dampfkammern der Wiener öffentlichen Bäder. Die Verhaftung der Männer erfolgte beim Austritt aus der Abteilung des Bades. Die beobachtenden Polizisten waren oft die einzigen Zeugen im Prozess. Mit dem Anschluss wurde mit der Gestapo nun auch in Wien eine zweite polizeiliche Instanz gegründet, die im beschlagnahmten Luxushotel Metropol am Mordsendplatz eingerichtet wurde. Das Referat 2S1 der Gestapo-Leitstelle Wien wurde somit neben dem Referat 2B zur Bekämpfung von Sittlichkeitsverbrechen und Prostitutionen der Kripo-Leitstelle Wien, also die Sittenpolizei, zur Hauptinstanz der Verfolgung homosexueller Delikte. Die Arbeits- und Ermittlungsmethoden dieser beiden Polizeiapparate waren durchaus konträr. Die Gestapo, die sich in dem Feld der kriminalistischen Arbeit erst etablieren musste und nicht auf spezialisiertes Personal wie die Kripo zurückgreifen konnte, war, da sie keine Observierungen in der homosexuellen Subkultur durchführte, hauptsächlich auf Hinweise anderer Behörden oder aus der Bevölkerung, also auf Anzeigen oder Denunziationsschreiben angewiesen, um die entsprechenden Ermittlungen starten zu können. Diese Methode erwies sich als äußerst effektiv, denn bereits Ende 1938 konnte das Referat 2S1 unter der Leitung von Max Häuserer gemessen an der Zahl der Verhaftungen der übrigen Abteilungen und Referate der Gestapo die dritthöchste Anzahl an Festnahmen verzeichnen. Diese hohen Zahlen an überführten Homosexuellen ergaben sich schließlich auch aus dem Schneeballprinzip. Trifte die Gestapo einen Homosexuellen auf, so wurde dessen Wohnung gründlich durchsucht. Briefe, Fotos, Notizbücher, Tagebücher waren die Grundlage für weitere Verhaftungen. Doch vor allem beim oft von Gewalt und Folter geprägten Verhör am Mordziemplatz wurden die Männer gezwungen, andere Homosexuelle zu nennen. Der vertiefenden Erforschung der Arbeitsweise der Gestapo sind leider enge Grenzen gesetzt, da die Gestapo-Leitstelle und alle ihre dort befindlichen Unterlagen bei der Bombardierung Wiens zerstört wurden. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Gestapo und Kripo parallel arbeiteten, wobei die Gestapo ab 1939 im September die Bekämpfung der Homosexualität aufgrund eines Erlasses von Reinhard Heydrich zur Entlastung der geheimen Staatspolizei mit wenigen Ausnahmen der Kripo überließ. Auch Fälle weiblicher Homosexualität gab die Gestapo an die Kripo ab. Beide Polizeiinstanzen übergaben nach Abschluss der Ermittlungen die Beschuldigten der Staatsanwaltschaft, die als Anklagebehörde die Beschuldigten vor Gericht brachte. Das dem zugrunde liegende Verbrechen war im § 129 1b des österreichischen Strafgesetzes formuliert. Der § 129 1b war 1852 schon erlassen worden und blieb in Österreich auch nach dem Anschluss 1938 ja weit darüber hinaus bis 1971 in Kraft. Er verfolgte, ich zitiere, Unzucht wider die Natur, Absatz a mit Tieren, Absatz b mit Personen desselben Geschlechts. § 130 sah dafür ein Strafmaß von ein bis fünf Jahren schwer im Kerker vor. Da der § 129 1b geschlechtsneutral formuliert war, wurden in Österreich homosexuelle Handlungen sowohl zwischen Männern als auch zwischen Frauen strafrechtlich verfolgt, was seine Besonderheit unter den europäischen Rechtsordnungen darstellte. Da sich lesbisches Leben aber mehr als schwules im Privaten abspielte, gelangte jedoch viel seltener ein Fall in die Fänge polizeilicher Ermittlungen oder gar an die Öffentlichkeit. Das Verhältnis zwischen verfolgten Männern und Frauen lag sowohl in der Monarchie bis 1918 der Ersten Republik, im Austrofaschismus zwischen 1934 bis 1938, als auch in der NS-Zeit bei ca. 95 zu 5 Prozent, wobei es in der NS-Zeit zu einem leichten statistischen Anstieg bei der Verfolgung weiblicher Homosexualität kam. Der Großteil der Verfahren wurde am Wiener Landesgericht I durchgeführt, 206 Fälle am Wiener Landesgericht II, 22 vor einem Sondergericht, weitere 22 vor einem in Wien stationierten Militärgericht. Von 1937 auf 1938 hatte sich die Zahl an den Landesgerichten verdoppelt, auf 1939 vervierfachte sich die Zahl der beschuldigten Homosexuellen. Aufgrund weitreichender Milderungsrechte der österreichischen Richter war es vor der NS-Zeit so gut wie nie zur Verhängung der drakonischen Mindeststrafe von einem Jahr gekommen. So waren im Fall einer Erstverurteilung und ohne erschwerende Gründe Urteile mit einem Strafmaß von drei Wochen bis zu wenigen Monaten schweren Kerker möglich, während nach dem Anschluss die verhängten Kerkerstrafen für Unsuchtwiderde Natur sich verdoppelten bis verdreifachten. Weitaus der Großteil der Verurteilten entstammte aus der unter- bzw. der unteren Mittelschicht lediglich Einzelne verfügen über Vermögen oder einen akademischen Abschluss. Es findet sich unter den Beschuldigten der Wiener Gerichte auch kaum eine prominente Persönlichkeit. Die Sondergerichte standen außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ihre Verfahren schränkten die Verteidigungsrechte der Angeklagten massiv ein und ließen keinen Instanzenweg zu. Sie waren überhaupt dazu geschaffen worden, um schnelle Verfahren mit einer gnadenlosen Spruchpraxis und auf der Todesstrafe zu verbinden. Nach der Zitat Verordnung gegen Volksschädlinge vom 5. September 1939, Zitat Ende, konnte jedes Verbrechen mit der Todesstrafe geahndet werden, wenn, wie es hieß, das gesunde Volksempfinden wegen der besonderen Verwerflichkeit der Straftat es erfordert. Der gefährliche Gewohnheitsverbrecher nach § 20a Reichsstrafgesetzbuch und der Siedlichkeitsverbrecher § 125 bis 28 Strafgesetzbuch wurden gemäß dem Gesetz zur Änderung des Reichsstrafgesetzbuches vom 4. September 1941 mit der Todesstrafe bestraft, wenn das Gericht den Schutz der Volksgemeinschaft oder das Bedürfnis nach Gericht der Sühne, wie es hieß, erkannte. Es sind insgesamt 48 Fälle erhalten, bei denen Unzucht wieder die Natur vom Wiener Sondergericht behandelt wurde, wobei einige davon Anzeigen betrafen, in denen die gleichgeschlechtlichen Handlungen an Knaben unter 14 Jahren vorgenommen wurden. Es ist kein Fall bekannt, in dem gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Frauen vor einem Sondergericht behandelt wurden. Etwa die Hälfte der Fälle wurden vom Sondergericht an ein Landesgericht abgegeben, nur 22 wurden auch vor dem Sondergericht verhandelt. Nach den uns vorliegenden Quellen wurden fünf Todesurteile ausgesprochen und die Hinrichtungen am Wiener Landesgericht vollzogen. Auch nach der Verbüßung von regulären Haftstrafen konnten von Beamten der Gestapo oder Kriminalpolizeileitstelle ohne Zuziehung von Gerichten Vorbeugermaßnahmen angeordnet werden. Die Landesgerichte wurden dabei angewiesen, die verurteilten Männer nach der Haft nicht auf freien Fuß zu setzen, sondern an die Gestapo oder Kripo rückzuüberstellen. Diese Rücküberstellung konnte, musste aber nicht zu einer Einweisung in ein Konzentrationslager führen. Es ist für Wien kein Rücküberstellungsbescheid für Frauen bekannt, die wegen homosexueller Handlungen nach § 129 1b verurteilt worden waren, der die Einweisungen in ein KZ bedeutet hätte. Eine Einweisung in ein Konzentrationslager erfolgte auf unbestimmte Zeit. In den meisten Konzentrationslagern mussten wegen gleichgeschlechtlicher Handlungen verurteilte Männer auf der Brust der Häftlingskleidung und am Ärmel einen rosa Winkel tragen, der manchmal noch mit der Zahl 175 nach dem deutschen Strafrechtsparagraf ergänzt wurde. Nach einer Untersuchung von Rüdiger Lautmann aus dem Jahr 1977 waren die Überlebenschancen für rosa Winkel-Häftlinge niedriger als bei den von ihm zum Vergleich herangezogenen Gruppen der politischen Häftlinge und der sogenannten Bibelforscher, also ZeugInnen Jehovas. Nach Lautmann lag die Todesrate der homosexuellen Häftlinge im Durchschnitt bei 60%, die der politischen bei 41% und die der ZeugInnen Jehovas bei 31%. Die rosa Winkel-Häftlinge waren zwar fast ausschließlich deutsche Reichsbürger und damit Aria nach den Nürnberger Gesetzen, doch hatten sie oft seitens der Wachmannschaften besondere Brutalität und vor allem auch seitens der Mithäftlinge keinerlei Solidarität zu erwarten. Aus unseren Untersuchungen zu Wien ist zudem feststellbar, die wenigen nach § 129 1b beschuldigten Männer, die nach den Nürnberger Gesetzen als Juden definiert worden waren, wurden nach § 129 1b verurteilt und saßen ihre Strafe in einem Gefängnis ab. Bei den wenigen so gearteten Fällen in Wien ist keine besondere Härte des Gerichts oder eine besondere Maßnahme feststellbar. Die rassische Verfolgung geschah unabhängig von der Strafverfolgung. Nach Verbüßung der Haft konnten Vorbeugermaßnahmen verhängt werden mittels des Rücküberstellungsantrags oder des Schutzhaftbefehls. Diese Rücküberstellung der verurteilten nach Verbüßung der Haftstrafe in das Polizeigefangenenhaus Rossauer-Lende zur weiteren Verfügung der Gestapo oder Kripo lässt keine eindeutigen Entscheidungsgrundlagen erkennen. Die Ausstellung eines Rücküberstellungsantrags erfolgte in allen belegbaren Fällen schon vor Abschluss des Verfahrens und ohne Beteiligung des Gerichts. Die Anordnung zur Rückstellung eines Haftentlassenen bedeutete dabei nicht zwangsläufig die Einweisung in ein Konzentrationslager. So übertrifft die Zahl der Rücküberstellungsanträge jene, der bisher in Konzentrationslagern ermittelten wegen § 129 1b verurteilten Männer in Wien bei Weitem nicht einmal ein Viertel der Rückstellungsanträge seitens Kripo und Gestapo führten nach jetzigem Forschungsstand tatsächlich zur KZ-Einweisung. In vielen Fällen wurden die Haftentlassenen lediglich unter Schutzaufsicht gestellt. Nach derzeitigem Forschungsstand konnten 85 Männer aus Wien ermittelt werden, die in ein Konzentrationslager eingewiesen wurden, von denen 30 die KZ-Haft überlebten. Im Vergleich zu Lautmanns Untersuchung, die eine durchschnittliche Todesrate für homosexuelle Häftlinge in Konzentrationslagern mit 60% errechnet hat, ergibt sich mit der hier für Wien vorliegenden Todesrate von 72%, also eine leichte Überquantifizierung. Ein Mann wurde wegen Homosexualität als Gewohnheitsverbrecher am Wiener Landesgericht hingerichtet. Vier starben in Haft oder an den Haftfolgen. Von sechs Personen, deren Verfahren die Einweisung in ein KZ nicht unplausibel sein lässt, verliert sich die Spur. Mindestens zwei Männer nahmen sich nach ihrer Verhaftung oder den Verhören bei der Gestapo das Leben. Ein Unikum der österreichischen Rechtsprechung stellte die Wenn-Bestimmung bei § 128 Strafgesetzbuch dar, der das Verbrechen der Schändung bestrafte. Im Falle einer homosexuellen Schändung wurde aber nicht nach § 128, sondern ebenfalls nach § 129 1b geurteilt. Denn der § 128 bestrafte als Schändung den sexuellen Missbrauch von Unmündigen bzw. von Wehr- oder Bewusstlosen, wenn diese Handlung nicht das in § 129 1b bezeichnete Verbrechen da bildete, also die gleichgeschlechtliche Unzucht. Diese Besonderheit des österreichischen Strafrechtes bedingte, dass eine Anzahl an Männern nach § 129 1b verurteilt wurden, obwohl sie eigentlich des Verbrechens der Schändung nach § 128 schuldig gewesen wären. So kamen 14 Männer wegen § 129 1b vor Gericht in Fällen, in denen unter 14-Jährige involviert waren. Von ihnen überlebten fünf Angeklagte die NS-Zeit, drei wurden in Konzentrationslagern ermordet, vier wurden hingerichtet. Einer starb an den Haftfolgen, von einem verliert sich die Spur bis zu seinem Todesdatum 1943. Nach der Befreiung Österreichs 1945 wurden die mit dem Vorwurf der Homosexualität verfolgten Menschen nicht als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt, sondern weiter strafverfolgt. Haftentlassene schwiegen über den Grund ihrer Strafhaft, die aus den Konzentrationslagern zurückkehrten überlebenden Rosa-Winkel-Häftlinge sahen sich der gleichen gesellschaftlichen Ächtung und Strafdrohung ausgesetzt wie zuvor. Noch jahrzehntelang setzte die Wiener Kriminalpolizei in der Nachkriegszeit ihre Arbeit fort, verfolgte und verhaftete Männer und Frauen wegen Unzucht wieder die Natur. Bis 1971 mussten sie für ihre Sexualität ins Gefängnis.